Seit der Gründung im Jahr 1882 ist das Unternehmen Gute Kunst Verbindungsteile GmbH ihr Spezialist für Norm- und Zeichnungsteile. Das in Zell unter Eichelberg ansässige Unternehmen fertigt auf Kundenwunsch in nahezu allen Werkstoffen. Mit Standorten in Deutschland und der Tschechischen Republik zeichnet sich Gute Kunst durch einen hochmodernen Maschinenpark und bestens geschulte Mitarbeiter aus. Kundenzufriedenheit und 100%ige Qualität garantiert das Unternehmen außerdem durch umfangreiche Qualitätssicherung. Von der umfassenden Beratung, die auch Hilfestellung bei der Konstruktion und Materialauswahl mit einschließt, bis zur Just-in-Time-Lieferung sind die Profis von Gute Kunst zuverlässig für Sie da. Gute Kunst Verbindungsteile GmbH